Da haben wir gestern noch von der Aufwärtsrichtung gesprochen und zack, was ist passiert? Der Markt ist nach unten weggebrochen. Umso wichtiger, dass wir nicht nur einfach eine Aussage machen, naja, es wird wohl hochgehen, einfach jetzt kaufen, sondern das an Bedingungen knüpfen. Und ich mache nochmal das Bild groß. Das ist das, was wir gestern hatten, nämlich die Erwartungshaltung. Gestern sah das in etwa so aus, als wir das Video gemacht haben. Da haben wir gesagt, naja, wenn es wackelig runterkommt, dann sind das nach wie vor eher die Käufe, die auf der richtigen Seite sind. Nur wenn es, das haben wir jetzt hier nicht mehr zeichnerisch, steil nach unten geht, dann ist es eben nicht mehr die Kaufseite. Wer an der oberen Stelle schon positioniert ist, ihr erinnert euch, da ist mein Tipp, immer irgendwie einen Nachziehstops hinterher zu laufen. Ob der jetzt so eng ist oder einen weiter, das ist erstmal nebensächlich, aber zumindest mal, dass man sagt, okay, wenn es denn weiter hoch geht, dann sollte man ja die Chance laufen lassen. Aber wenn er dann dreht, dass man dann sagt, naja, gut, dann gehe ich halt irgendwo raus, wenn er das Bild nicht macht. Wie gesagt, ob man das jetzt so eng macht oder eine Stufe weiter, das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Thema ist allerdings, ist man schon drin an so einer Stelle, dann geht es darum, einfach das Ding laufen zu lassen. Wenn er wackelig, korrektiv also in diese Richtung geht, dann nochmal die Fortsetzung zu handeln, nur für den Fall, dass er eben nicht korrektiv, sondern steil runter geht. Und jetzt die Frage an euch, ist das verwechselbar? Ist das hier oder das hier? Was ist das korrektive Muster? Also das ist natürlich das steile Muster, also die scharfe Abwärtsseite. Und es ist durchaus zu erwarten gewesen, nach einer insgesamt dann dreiwelligen Aufwärtsbewegung, dass es dann weiter runter geht oder dass man eben, sobald der Kurs wackelig nach oben geht, also wenn man sagen kann, naja, gut, dann haben wir halt eine Kursbewegung, die nach oben wieder korrektiv läuft, haben wir die besten Voraussetzungen hier oder von mir aus auf noch kleinerer Ebene. Ihr seht, hier ist das gleiche, Schub runter, A, B, C hoch, die Fortsetzung zu handeln. Also das sind alles Abwärtssignale gewesen. Insofern hat sich das Bild selber herausgestellt als, ja, von wegen abwärts, dafür, Entschuldigung, aufwärts, dafür hätte es korrektiv gehen müssen. Ist es aber nicht, nicht mal im Ansatz. Im Gegenteil, es sind alle Aufwärtsbewegungen, die dann im Nachgang kamen, eben sehr korrektiv. Auch das, was wir hier haben, sieht jetzt noch nicht so richtig toll aus für die Aufwärtsseite. Also zumindest mal beim S&P 500, den wir hier jetzt angeguckt haben, das war noch die Zeichung von gestern, sieht alles, bis einschließlich das, was wir hier haben, noch nicht wirklich aus. Also ob die Bullen richtig Lust haben, richtig Power haben sich durchsetzen können gegenüber den bärischen, den negativ eingestellten Marktteilnehmern. So wichtig ist es, nicht einfach nur einen rauszuhauen im Sinne von, ha, es kann ja nur nach oben gehen. Bitte, bitte, mein Tipp, lasst euch das immer wieder bestätigen. Was ist die starke Seite? Die starke Seite ist typischerweise einwellig oder eben sehr stark in eine Richtung und dreiwellig ist eine Gegenbewegung. Hier seht ihr das im ganz Kleinen und natürlich auch mannigfaltig im Großen Bild. Ja, und im Großen, ja, es hat sich nichts geändert. Das hier ist immer noch korrektiv und damit gefällt mir das im übergeordneten Bild ehrlich gesagt nicht. Zugegeben, das hier sieht auch noch relativ korrektiv aus. Also eine gewisse Restchance für nochmal nach oben sehe ich schon. Begeisterung sieht aber auf der Kaufseite anders aus. Die S&P Anhänger, diejenigen, die den Markt im S&P kaufen, die sind noch nicht richtig gewillt. Hier die Aufwärtsseite mit Schmackes, mit Schwung, mit viel Engagement zu handeln. Sonst würden sie sich nicht immer wieder so weit runtertreiben lassen, dass es immer wieder in die Kursüberschneidung geht. Also merkt euch das als Indikation, nicht zwingend als ich weiß genau, was passiert. Aber so sieht es nicht aus, wenn der Markt wirklich mit Schwung nach oben will. Das sieht irgendwie nicht nach der richtigen Richtung aus. Jetzt haben wir aber gesehen, die letzten Tage habe ich häufiger darüber gesprochen, dass der S&P halt auch der blödste Kandidat von denen ist. Denn der ist am stärksten irgendwie schwach nach oben unterwegs, wenn man das mal so will. Hier ist das Pandor, hier der Nasdaq. Da sieht man zwar auch, dass wir immer wieder Rücksätze hatten. Streng genommen überschneiden auch die. Zumindest teilweise, nicht immer. Der hier zum Beispiel ist völlig überlappungsfrei mit diesen ähnlich Großen hier vorne. Also insofern ist der noch bei weitem einer der Besten, was die Aufwärtsrichtung angeht. Zumindest mal im Vergleich mit dem S&P 500. Und deshalb sehe ich da eine gewisse Chance, dass zumindest mal die neue Markt, hätte ich fast gesagt, die Anhänger des Tech-Marktes, dass die zumindest mal einigermaßen kaufwillig noch sind. Zumindest mal spiegelt sich das hier im Nasdaq 100 Future, also dem Repräsentanten des Index, sozusagen wieder. Hier, auch hier gibt es nicht so arg viel dazu zu sagen, hier gestern wäre das hier vielleicht noch am Anfang die Wackelgeschichte, aber eben nicht getriggert. Ihr seht, die drei Bedingungen sind wichtig, nämlich eine starke Bewegung, eine anschließend schwache Bewegung, von mir aus auch nochmal schwach und anschließend der Trigger. Hier hatte man die starke Bewegung, von mir aus das noch als Wackelpudding angesehen, aber eben kein Trigger auf der Oberseite. Dafür hätte er vorangegangene Hochstdurchstoßen, also Zwischenhochstdurchstoßen müssen, hat der Kurs nicht gemacht. Insofern war die Gefahr hier nicht so besonders groß, auf der falschen Seite mit dabei zu sein. Damit hatten wir aber zum Schluss eine Abwärtsbewegung A, B, C hoch und danach nochmal runter. Also insofern das ganz normales, typisches Verhalten hier im Markt. Und ein bisschen anders als beim S&P, das ist jetzt ein neuer Tiefpunkt, den wir haben. Und hier ist die Chance, dass wir jetzt wieder mit etwas Steilem hochgehen und korrektiv nach unten. Das wäre dann eben wieder die Einladung, vielleicht heute Abend doch nochmal bis zum Handelsende die Long-Seite mitzunehmen. Da an der Stelle der Hinweis, denkt dran, heute letztmalig nochmal nur der Handel bis 22 Uhr, zumindest mal an den Aktienbörsen, Entschuldigung, eben nicht 22 Uhr, gut, dass ihr aufgepasst habt, bis 21 Uhr. Denn die Amerikaner sind noch in der Sommerzeit, wir noch nicht. Am Wochenende stellen auch wir die Uhr um eine Stunde vor. Das heißt, ab nächste Woche geht es wieder bis 22 Uhr. Wer also jetzt sagt, naja, ich handel noch bis zum Letzten, in dieser Woche denkt dran, alles eine Stunde früher schließen, als ihr es normalerweise machen wolltet, weil der amerikanische Markt eben schon ein bisschen früher zumacht. Nächste Woche wieder, damit alles normal, 14.30 Uhr, die Termine 15.30 Uhr, die Börseneröffnung und 22 Uhr, um Himmels Willen, der Schluss. Das ist jetzt nur mal eine Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass es so aussieht, aber das muss der Markt mir zeigen. Zuerst muss er mir das zeigen, sonst bin ich überhaupt nicht an Käufen interessiert. Irgendwie einen Anstieg, irgendwie was, was stark ist, eben nicht so komisch. Na gut, der war ja hier noch einigermaßen hier stark nach oben, ging auch einigermaßen wackelig und es ging ja auch zumindest vorläufig nochmal nach oben. Aber ich will eben auf jeden Fall eine starke Seite haben. Dann brauche ich als nächstes eine schwache Seite nach unten. Also eben nicht mit voller Power, sondern eben so dieses Überschneiden und dieses Zwischenhoch für den Long Trigger. Dann wäre ich für die Long-Seite mit dabei. Das kann ich mir vorstellen, dass das heute noch passiert. Ich halte es für denkbar, aber das ist natürlich nicht zwingend gegeben. Dementsprechend vorsichtig, das Bild ist realistisch, es ist möglich, aber nicht, dass man jetzt automatisch schon Long geht, doch jetzt schon Long. Denn ich halte es ebenfalls noch für möglich, dass der Markt sagt, Na gut, ein bisschen tiefer können wir doch noch, wollen wir nicht diese Marke hier nochmal rausholen. Eine Bestätigung dafür wäre, wenn diese Seite jetzt eben möglichst schwach, dreiwellig oder eben irgendwie weiterhin so hin und her wackelt, das sind alles Zeichen, nee, es geht nochmal tiefer. Also das wäre die Erwartungshaltung. Und wenn wir schon so tief sind, dann werden wir auch das hier nochmal durchstoßen. Und wenn wir das schon durchstoßen, dann bin ich recht wahrscheinlich auch auf der richtigen Seite, wenn ich davon ausgehe, dass wir diese Ziele erreichen. Das heißt, für die, die das nicht ablesen können, das Tief vom 22. März abends irgendwann nochmal durchstoßen, das war bei 12.676 hier auf dem Future-Kurs gerechnet. Also dann wäre das relativ typisch, wenn es weiter korrektiv nach oben geht, eher die Fortsetzung auf der Abwärtsseite. Also so richtig begeistert für Long bin ich noch nicht, aber die Chance hier zumindest mal, dass wir hier jetzt eine Unterstützung haben und er jetzt hier vom tiefsten Punkt in diesem Chart-Segment dann sagt, ja gut, dann machen wir halt eine starke Aufwärtsbewegung. Das halte ich nicht für abwegig, aber die muss er erst bringen. Ich will sehen, dass andere Marktteilnehmer, nicht ich, andere Marktteilnehmer vom Bullish überzeugt sind. Das könnte dann so aussehen. Anschließend Päuschen und die Verschnaufpause nutzen und sagen, ja gut, dann mache ich halt mit euch mit eine Runde zumindest mal für vorläufig weiter nach oben. Ich rede aber bewusst von vorläufig, denn so richtig überzeugt von der Wende, dass der Markt jetzt nach oben geht, bin ich noch nicht. Warum bin ich das nicht? Beim S&P habe ich es mehrmals jetzt schon gesagt, weil das Bild einfach nach oben gar nicht so doll aussieht. Es sieht sehr korrektiv aus. Ja, Nasdaq ist so ein bisschen eine Zwitter-Situation. Auf Tagesbasis ebenfalls nicht so der Burner, aber im kürzerfristigen Vier-Stunden-Chart oder sowas, da hat man schon eher den Gedanken, dass die Tendenz nach oben ist. Deshalb, ja, von mir aus, wenn die Marktteilnehmer wirklich mitmachen, ja, dann würde ich auch noch mal einsteigen. Dann würde ich sagen, ja komm, das kann man noch mal ausprobieren. Beim Dow Jones erwarte ich durchaus den Dreh. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass das, was ich jetzt nach diesen Tiefs sehe, so 100% begeisterungsfähig auch noch nicht ist. Gucken wir uns dieses Teilstück hier mal im Genaueren an. So schlecht ist es nicht, aber was hatten wir hier? Wir hatten eine relativ starke Aufwärtsbewegung. Wir hatten eine Bewegung, die war so, 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 so. Und damit das Ding ist korrektiv. Ist ganz klar korrektiv. Ihr seht das an den Kursüberschneidungen, die wir hier haben. So sieht typischerweise am liebsten eine korrektive Bewegung aus. Und dagegen war die natürlich sehr stark, diese Bewegung. Deshalb meine Vermutung, wenn wir dieses Zwischenhoch hier durchstoßen, das ist das Zwischenhoch 24. März von der 8 Uhr Kerze sozusagen, also heute Vormittag quasi. Wenn wir dieses Hoch noch mal durchstoßen sollten, dann sehe ich eine gewisse Chance, dass der Kurs das, was wir hier vorne ja gesehen haben, da hinten noch mal anschließt. Das heißt, dass wir dann auch noch mal Chancen haben bis 33.280. Irgendwie sowas kann ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sein. Hätte ich nicht für abwegig. Also das wäre ein möglicher Long Trade an der Stelle. Dafür müsste ich aber eins noch mal mit beachten, nämlich wie tief ist der Rücksetzer. Da gucke ich immer ganz gerne drauf. Viele von euch wissen, ich messe vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt. Und dann gucke ich, dass idealerweise der Rücksetzer in diese Box reingelaufen ist. Merkt euch die 61.8 bis zur 38.20er. Das wäre sozusagen die Zone, wo der Kurs zurückläuft. Und dann sehen wir, er ist tiefer gelaufen. Das darf er wohl. Aber wenn er da drunter geht, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit dieser Idee wieder ein bisschen ab. Insofern ist das nicht ganz optimal, dass der Kurs so tief gelaufen ist. Allerdings, wer mich kennt, für mich ist immer so, die letzte Marke, die noch gehalten werden sollte, die 78.6er Marke, die liegt bei 31.943 jetzt auf dem Future genau gemessen. Hier bei dieser Marke. Da ist er herangelaufen, aber nicht durch. Insofern ist dieses Szenario durchaus in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, ob er diese Marke hier nach oben durchstößt. Aber die Vermutung, wenn er diese Marke 32.000 ungefähr 470, das Hoche eben hier aus dieser Kerze, wenn er das der heutigen Vormittagskerze sozusagen, wenn er das durchstößt, dann würde das aus meiner Sicht ganz gute Chancen haben, dass der Kurs, das wollte ich gar nicht zeichnen, falscher Knopf, den wollte ich zeichnen, dass das, was wir hier haben, nochmal passiert. Ziele also 33.282 beim Einstieg hier. Und welche Stopp-Marke wäre jetzt relevant? Ich blende die jetzt mal aus. Die brauchen wir nicht mehr. Die haben wir jetzt eben schon festgestellt. Naja, eine Möglichkeit, das ganze Ding zu stoppen, wäre dann dieses Tief. Oder man nimmt noch ein bisschen höher. Man misst vom Tief bis zu diesem möglichen Einstiegspunkt und dann die 78er. Die Idee dahinter ist nichts anderes, wie dieser Anstieg, den wir hier haben, korrigieren darf er, aber dann daraufhin nicht mehr die 78er. Das heißt, Entry wäre hier, wie gesagt, das Maß, was wir hier haben, das Stopp hier, das Target da. Chance-Risiko-Verhältnis sollte in Ordnung sein. Ein durchaus möglicher Trade, solange der Kurs da nicht unten durchgeht. Mal gucken. Wir werden den Trade wahrscheinlich nachher nochmal besprechen im Born for Trading. Möglicherweise gibt es den auch nochmal als Trade des Tages, dass ich den ebenfalls da nochmal andeute. Also insofern, falls ihr diese Idee nochmal ein bisschen vertieft haben wollt und falls ich die Gelegenheit noch habe, das noch reinzubringen, würde ich das nochmal schnell mitmachen. Ansonsten habt ihr so in etwa eine Idee, wie das hier beim Dow Jones aussehen könnte, wenn er diese Marke durchstößt. Ist das denn sicher, dass er das tut? Zu 100% glücklich bin ich noch nicht. Deshalb bin ich noch zögerlich, ob ich diese Order reinstellen soll, hier quasi, oder das vorschlagen soll, sozusagen für uns selber zumindest mal. Denn das, was wir seit dem Tief hier haben, guckt euch das mal an, hier haben wir viele kleine Rücksetzer, okay, aber wir haben auch große Rücksetzer und die sind ja alle wieder überschneidend. Was ist das denn? So sieht doch nicht gute Laune aus. Das ist doch nicht wie, ja, jetzt sind wir runtergefallen, jetzt haben wir wieder Lust auf Start, also auf Aufwärtsbewegung. Das sieht alles sehr, sehr korrektiv aus. Deshalb bin ich noch nicht so richtig glücklich. Allerdings, eine gewisse Chance billige ich dem schon zu, wenn er diese Marke durchstößt, dass das dann entsprechend auch noch ein bisschen weiterläuft. Eine Möglichkeit, das Ganze zu stoppen, wäre zum Beispiel Parabolik oder Supertrend im 4-Stunden-Chart. Also da hätte man die Möglichkeit, das ein bisschen hinterherzuziehen, um dann ein wenig Sicherheit oder ein bisschen abzusichern, wenn der Kurs dann nur bis halbe Strecke kommt, dass man dann eben nicht mehr im vollen Risiko ist. Das wäre eine direkte Trading-Idee dazu, jetzt mal im Video. Sonst gibt es sie ja immer von mir textlich mit Bild und Marken. Aber jetzt seht ihr das mal im Videobeitrag. Das ist noch so ein bisschen ein schwieriger Start. Wenn der Kurs jetzt allerdings einigermaßen zügig daraus hervorgeht, würde ich im Zweifelsfall sagen, naja gut, wollen wir nicht so pingelig sein. Kann ja sein, dass er hier am Anfang ein bisschen doof korrigiert hat. Und wenn er dann hier das größere Bild weiter nach oben macht, immer wieder Korrekturen nach unten sind das alles Long-Szenarien mit Trigger hier oder mit Trigger dann beispielsweise an der Stelle. Aber das können wir natürlich jetzt noch nicht sagen, denn alles, was hier blau ist, ist noch Fantasie. Das ist nicht, dass er so kommt. Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber es büte sich zumindest mal als eine Bewegungsausprägung hier an. Na gut, also damit haben wir eine Idee. Wie sieht es beim DAX aus? Ein bisschen ähnlich wie beim DAO, denn auch hier, das ist eine Zeichnung, die wir ja gestern schon gemacht hatten. Da sah das noch irgendwie so aus, glaube ich. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr wir das gemacht hatten. Aber Schub hoch und eigentlich dreiwellig runter oder irgendwie zack, zack, zack oder von mir aus an noch mal einmal mehr. Das wäre eigentlich, was ich am liebsten gesehen habe. Es ist wohl dreiwellig, allerdings im Moment noch sehr niedrig hier. Das heißt, sehr lange hintere Bewegung nach unten. Die Idee wäre im Prinzip die gleiche, dass das hier der Trigger wäre für dieser Anstieg noch mal. Bleibt es unterhalb, nicht long, aber bricht er diese Zwischenhochmarke bei ungefähr, das ist jetzt der DAX-Index 240, also 15.240 ungefähr, wäre das ein long. Und da seht ihr auch schon, warum ich dieses hier gar nicht so attraktiv finde. Warum nicht? Weil ja mein Ziel, mein Mindestziel ungefähr hier ist und dann seht ihr schon, dieses CRV ist bei weitem nicht so attraktiv wie das, was wir beim Dow Jones hatten, wo wir im Endeffekt nur dieses Risiko haben gegenüber dieser Gewinne, viel attraktiver als dieser Gewinn gegenüber dieser Risiko-Weite. Das heißt, das Bild, jepp, ist hier auch gut, Trade, nein. Weil, gute Idee, aber nicht lukrativ. Denn auch gute Ideen gehen längst nicht immer gut an der Börse. Habt ihr bitte nicht den Eindruck, das müsste doch dann immer klappen. Nein, das klappt natürlich nicht immer. Deshalb habe ich gerne hier einen gewissen Vorteil und der fehlt mir hier. Und weil ich den Vorteil hier nicht habe, finde ich die gleiche Idee, die wir beim Dow haben, im Moment hier nicht so attraktiv. Das könnte eventuell noch mal geheilt werden, wenn der Kurs vielleicht hier irgendwie so was macht, überschneidet und so. Dann hätte man hier vielleicht noch mal einen niedrigeren Einstieg und dann könnte es sich wieder lohnen. Aber dieser Einstieg, das ist aus meiner Sicht nichts, weil der dann einfach nicht lohnenswert genug ist. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Ideen gegeben habe, wie ich selber auf den Markt gucke, wie wir das machen, eben von beruflicher Seite sozusagen uns dem Markt nähern, wie wir versuchen, eine Einschätzung der anderen Marktteilnehmer herauszulesen und dann zu sagen, wenn die anderen das machen, dann machen wir entsprechend mit, in der Hoffnung, dass euch das Inspiration und Ideengeber war. Das ist keine Empfehlung, so müsst ihr es machen, dass das nächste Mal positiv wird, denn wenn ich ehrlich bin, das weiß ich auch nicht, auch wenn es statistisch gesehen zu meinem Vorteil ist und häufig ja auch entsprechend dann klappt. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, ein schönes Wochenende, falls wir uns vorher nicht mehr sehen. Bis zum nächsten Mal.